Moin Leute! Herzlich Willkommen wieder zurück auf The Old Form. Hier im Brackel-Krimi. Was anderes machen wir glaube ich nie, ne? Außer durch irgendwie im Brackel. Sagen wir wie es ist. Da waren wir. Wir sind zu hoffen. Haben wir erstmal den Schneidwerk mitgenommen oder so? Nö. Kurios. Druk. Danke. Auf ey. Wir müssen hoffen noch in. Wir haben nicht viel Struge. Kriegt hier, ne? Wir sind ganz ähnlich. Das war fast gar nichts. Lüge ich von mal an die Seite. Ich hab ein bisschen mehr PS. Das ist doch unsere Ecke. Oder bin ich jetzt behämmert? Wahrscheinlich schon, aber muss man ja nicht so laut sagen, ne? Ne, das ist sogar unsere Ecke. Ja, gut. Ähm. Halten wir es. Mal ein bisschen vorankommen hier. Wenn wir jetzt irgendwie noch eine Einfahrt finden, sind wir die Helden von Epperfeld, ne? Oder? Und Schneidwerk ist noch? Da, da, da. Nicht schlecht, ne? Boah, ich steh voll auf dem Pin, ne? Nix kommt. So, wieder so eine Touro-Einfahrt hier, du. Ich hör'n Pume. Ich seh'n Pume. Ich seh'n Pume. Ich seh'n zappelnden Busch. Ich seh'n Pume. Ich seh'n Pume. Ich seh'n Pume. Ich seh'n Pume. Oh, wo geht's da denn hin? Was da holen? Oh, ne? Jetzt vor, weiter. Ich krieg'n Nerven hier, ne? Ne, tut mir leid. Da hab' ich absolut null Nerv drauf. Diesen Pieseling-Verkehr. Mann, 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 Mann. Immer Staunen im Weg. Wie weit soll ich denn noch alles wegstellen, dass die da mal meinen, sie könnten weiterfahren? Nee. Rägt euch der Verkehr auch immer auf? Geht's mal ganz ähnlich. Sag mal. Viele ist das ja egal, aber... Ich weiß nicht. Mich richtet er in letzter Zeit immer auf. Ah, nun steht er die mitten im Weg. Äh, 63. Ja, mach' mal. Ich speichere mal. Äh, neuer Ort, ne? Feld... 63. Okay. Q-speichern, aktivieren, Dreschen, ne? 7,9 Meter. Okay, du gibst sie groß. Danke. Das läuft. Der muss zum Hof. Wenn der denn heute losfährt. Wir müssen einen Ballenspieß kaufen, ne? Wir brauchen einen Ballenspieß. Da kann ja nix kommen. Wohl vorne im Hielang ist die Kütze. Ich wollte eh mal gucken, ob der Helga auch wirklich alles abgeerntet hat oder nur gesagt hat, sie hat alles abgeerntet. Sie ist ja da. Sie hat mich auch nicht stehen lassen, alter Donnerschlag. Ich hab's vergessen, der Helga, ne? Das ist nicht normal. Jetzt läuft er. Ist gut. Wenn wir Glück haben, sind wir vor dem Puma da. Wird wir da eben nur durchformen können, ne? Guck mal, wir haben Glück auf. Wir sind vor dem Puma da. Und die soll der Ford Mane, ne? Das sehen wir hier. Ich höre ihn aber. Ah, wo ist er denn? Guck, die Mörgern fährt heute. Die Mörgern. Nee, komm, wir kaufen mal einen Spieße. Sicher ist sicher. Ihr wisst es nie der Unterschied. Was ist an der anderen? Sobald selber kaufen. Irgendwas ist hier angekommen, oder? Ich schätze mal, unser Schlepper. Was macht die da? Weiß auch keiner, ne? Ich weiß das auch gerade, ne? Ich schätze, der ist zurückgerollt. Ah, okay, okay, okay. Handbremse lässt grüßen, nicht? Das wird das Problem sein, ne? Nein, nichts bleiben, ja. Irgendwas ist hier immer... Das könnte ja auch mal was vernünftig laufen, ne? Shikram, Shikram. Wir haben gar keine Zeit hier so... ...gar nichts zu tun. Wir haben jede Menge zu tun. Das ist ja das Problem in der Geschichte, ne? Oh, 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 senke, senke, senke. Vorsicht! Ja, hast du gesehen, wie elegant wir das hier abgefangen haben, du? Nein, ich schau. Nein, ich schau. Puh! Gut. Das läuft. Das soll ja laufen, ne? Damit ist es schwierig. Ja, die Mädels haben wir weiter, denen geht's gut, ne? Wir haben richtig Spaß in den Bögen. Das schildert Kollisionen, hast du gesehen. Der muss doch jetzt mal schaffen, da ging es überhaupt da, ne? Ich hab da unten Talent für mich. Shikram. Ich hab da unten Talent für mich. Irgendwas ist, egal. Was wird's machen? Nix. Die Puma wird zu klein sein für unser Fass, ne? Können wir schon mal stark von ausgehen. Hier, bei den Steigungen mit unserem Fass. Einiges Blätter, ne? Das wird nur krimineus. Sagen wir, wie es ist. Was wird's machen? Nix. Jetzt sind schon verdammt weite Wege. Das leckt mich fett. Aber du bist außenrum genauso schnell, als wenn du durch diesen ollen Huppelwächter fährst. Dessen muss man sich bewusst sein. Dessen muss man sich bewusst sein. So, jetzt wird's wieder interessant. Interessant. Hier war die Anform, ne? Ja, ja, ja. So, halten wir ihn mal an. Gehen wir mal den Hut wieder. Muss aber ihn hier nochmal nehmen. Äh, das war hier, ne? Das ist hier. Da ist das hier, oder? Bin ich denn heute mit der Platte, oder? Ich hab das doch heute schon gemerkt. Aber ich find das heute nur. The man ist aus. Alles klar. Danke, mehr wollte ich doch gar nicht wissen. Einmal wollte ich das ja verzeihen, ne? Pup. 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 Ich hab vergessen, wieder einen Punkt zu setzen. Ich Bienen pflücker, ne? Ah, das hast du so gut gemacht, Sveni. Ich vergesse das jedes Mal. Pup. 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 Ich vergesse das jetzt. Pup. 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 Danke dann, ne? Okay, ja. Was ist das denn für ein Schlagloch? Danke. So, jetzt wäre es schön, wenn wir hier einen Punkt noch kriegen. Dann hätten wir eben noch hier hinschreiben können, ne? Was war denn? Ah, ich hab schon wieder vergessen, ne? Feld63 ist das, oder? Äh, 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 okay. Feld63, ne? Danke. Okay, dann kann das hier raus. Und noch hier. Hier? Ne, hier muss Feld63, ne? Alles klar. Danke. Wir müssen den Drescher hupen. Denn der braucht hier Feld63. Danke. So, das müsste laufen. Das läuft, ne? Das läuft immer richtig gut bei Sven in letzter Zeit. Ey, ich sag ruhig das. Ich kann ja berechnen, ne? Die Hälfte vergesse ich immer. Weiter nicht aufpassen. Sag mal, wo bist du? Bist du schon da, wo du hin musst? Nee, nicht ganz, ne? Aber, liebe Leute, ich sag jetzt erst mal danke fürs Zugucken. Entschuldigung, bist du hier, ne? Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn's euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und wir wollten nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.